Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinder bringen bei der Einschulung sehr unterschiedliche Voraussetzungen mit. Oft sind einige Kinder nicht im engeren Sinne phonetisch bewusst. Das bedeutet, sie können vielleicht ihren Namen schreiben, haben aber keine Einsicht in das Buchstabensystem. In synthetischen Buchstabenfibeln lernen die Schüler Zeichen und Laute in einer 1 zu 1 Relation. Die im Anlautverfahren gewonnenen Buchstaben sollen zu Silben und Wörtern synthetisiert werden, was nachweislich vielen Kindern nicht oder nur bruchstückhaft gelingt. Besonders Kindern, die noch über kein Buchstabenwissen verfügen. Wir in ABC der Tiere beginnen daher nicht mit Buchstaben, sondern exklusiv mit Silben. Wir gehen vom Sprachverhalten der Kinder aus. Die Silben sind für Kinder die kleinsten wahrnehmbaren Einheiten beim Sprechen, beim Klatschen von Versen, beim Singen von Liedern. Nicht die Buchstaben und Laute. Schauen wir uns die Einstiegsseide unserer Fibel an. In der Vignette oben links steht die Silbe Mu, nicht die Buchstaben M oder U. Die Kinder sehen Kühe auf der Weide. Die Frage des Lehrers, was sagt die Kuh, wird mit einem vielstimmigen Mu von den Schülern beantwortet. Dieser Tierlaut ist bekannt und kann problemlos gesprochen werden. Danach erklärt der Lehrer oder ein einzelner Schüler, in der Sprechblase steht Mu. Durch die tägliche Wiederholung dieser Reizreaktionskette lernen alle Kinder der Klasse Mu zu lesen, auch wenn sie die Kuh nicht mehr sehen. Idealerweise ist ein Bauernhof mit Tieren im Klassenzimmer aufgebaut oder Bilder von Bauernhoftieren sind aufgehängt. Eine passende Geschichte zum Thema sollte vorgelesen werden. Dieser Aufbau führt direkt zum Thema, weckt das Interesse und die Aufmerksamkeit und nimmt ängstlichen Kindern die Kuh scheu. In der Fusszeile sind niederschwellige Übungsformen zur Automatisierung der jeweiligen Silbe angeboten. Die Anleitungen zu diesen Übungen stehen auf Seite 4. Es sind die Gebärden, der Silbenlauf, die Silbenkellen und die Silbenfliegenhoch. Zu diesen Übungen gibt es in unserer Videoreihe ebenfalls kurze Filmbeispiele. Das Reizreaktionssetting muss in der täglichen Unterrichtsarbeit allen Kindern nahegebracht werden. Für die Rolle des Lehrers bedeutet das, er stellt das Setting her. Er entwickelt auf jeder Doppelseite eine Reizreaktionskette, indem er die Geschichte erzählt, die Kinder einbezieht und sie da abholt, wo sie stehen. Bei den Tiergeräuschen, die sie kennen. Dieses Lernen im Sinne der klassischen Konditionierung hat den Vorteil, dass auch Kinder mit geringer phonologischer Bewusstheit die Silbe mu erfassen und durch die vorgeschlagenen Übungen automatisieren. Auf der nächsten Seite heisst die Katze Mimie. Sie sagt Miau, also heisst sie Mimie. Diese Verknüpfung hilft Schülern bei der Unterscheidung von Mu und Mimie. Auch hier erfolgt die Konditionierung auf das Lesen von Mimie, auch wenn sie keine Katze mehr sehen. Der Unterricht folgt dem methodischen Schema der vorherigen Seite. Werfen wir noch einen Blick auf die Doppelseite 1415. Mia und Mio spielen Memory. Ein Eichhörnchen sitzt im Baum. Mia nennt es Memo. Der Name des Eichhörnchens ist von seiner Fähigkeit abgeleitet, sich im Winter zu erinnern, wo die Nüsse vergraben sind. Das erklärt der Lehrer den Kindern im Unterrichtsgespräch. Kinder können diese Verknüpfung des Namens mit der Silbe me leicht nachvollziehen und automatisieren. So reiht sich Seite für Seite eine bekannte Silbe an die andere. Im Anschluss wird jede Silbe analysiert. Das bedeutet, der Vokal wird isoliert gesprochen. Wir bezeichnen ihn als Klinger. Die Konsonanten werden nicht lautiert. Wir bezeichnen sie als Starter am Anfang der Silbe und als Stopper am Ende der Silbe. Fazit Das Silbenlernen ist im Anfangsunterricht dem Buchstabenlernen vorzuziehen. 1. Weil diese Methode am Sprachverhalten der Kinder ansetzt, also alle Kinder da abgeholt werden, wo sie stehen. 2. Weil das methodische Konzept der klassischen Konditionierung alle Kinder, unabhängig von ihrer Vorerfahrung, unterstützt und motiviert, flüssig lesen und schreiben zu lernen. Viel Erfolg mit der Silbe. Bis zum nächsten Mal.